Hallo und herzlich willkommen hier in der Fachhochschule Potsdam. Ich bin George und das ist Nina. Wir zeigen dir jetzt heute mal unseren Campus. Der ist hier mitten in der Stadt zwischen Nikolaikirche und Landtag. Das ist aber nur einer von zwei Standorten, dazu später mehr. Wir sind insgesamt ca. 3.300 Studierende und 100 Professoren. Das ist also sehr familiär, das Campusleben hier. Man kann allgemein sehr gut studieren in Potsdam, nicht nur, weil es einer der wichtigsten Wissenschaftsstandorte in ganz Deutschland ist, sondern auch, weil man hier wunderbar leben kann. Und wen es dann doch mal in die Großstadt treibt, Berlin ist auch nur eine halbe Stunde weg. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein. Ja, jetzt sind wir hier in der Stube, in einem kleinen studentisch geführten Café auf dem Campus. Hier kann man eine kleine Pause einlegen oder du kannst dir was Süßes kaufen. Und hier hinten ist dann noch ein kleiner Arbeits- und Konferenzraum. Aber da wir noch am Anfang von der Tour sind, würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter. So, und das hier ist jetzt der zweite Standort, der Campus Pappelallee. Das hat da vorne ganz angenehm eine eigene Straßenbahnhaltestelle. So ist man innerhalb von zehn Minuten von der Innenstadt hierher gefahren. Mit dem Fahrrad geht das je nach Sportlichkeit ein bisschen schneller. Und damit die ganzen Studierenden von Architektur, Informationswissenschaften bis hin zu Bildung, Erziehung und Erkenntnis hier auch unterkommen, wird hier auch schon kräftig gebaut, da das nämlich bald alles zusammengelegt werden soll. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. Hier in der Bibliothek kann man natürlich nicht nur Bücher ausleihen, sondern auch lesen und arbeiten. Am besten geht das so in den Arbeitsräumen. Das Fachwissen ist auf jeden Fall für alle Fachbereiche fast unbegrenzt verfügbar. Und für die kleine Pause zwischendurch kann man einfach runter in die Cafeteria gehen oder sich in die Mensa oder den Mensagarten setzen, bei gutem Wetter. Wir sind jetzt hier im Werkstattgebäude und hier kannst du dich als Studierende richtig austoben. Wir haben zum Beispiel eine Buchbindewerkstatt, wir haben Modell- und Holzwerkstätten oder auch ein eigenes Fotolabor. Was wir dir aber gerne noch zeigen wollen, ist unsere Lieblingswerkstatt, das ist die Modellierwerkstatt. Also komm einfach mit. Hier kannst du ganz viel mit Gips und Ton experimentieren, aber wenn du keine Lust hast, dir die Hände schmutzig zu machen, dann gehst du einfach rüber zum 3D-Drucker und druckst dir dein Modell einfach aus. Nach der Modellierwerkstatt machen wir jetzt einen Abstecher in die Holzwerkstatt des Studiengangs Restauration und Konservierung. Also los! In diesem Studiengang geht es vor allem darum, historische Objekte oder wertvolle Möbel wieder auf Vordermann zu bringen und diese zu erhalten. Zum Beispiel bekommen die Restauratoren der Fachhochschule Potsdam auch ganz viele Aufträge aus dem Umland, aus den Schlössern, wie Sanssouci zum Beispiel. Und hier seht ihr einige Studierende gerade fleißig beim Arbeiten. Wir sind jetzt hier im Baulabor Konstruktiver Ingenieurbau oder auch kurz im BKI. Hier testen Bauingenieure, ob ihre Konstruktionen oder ihre Elemente auch wirklich tragfähig sind. Eigentlich dürfen wir zwei hier als Leinen überhaupt nicht rein, aber weil du mit dabei bist, lassen wir es heute richtig für dich krachen. Auf den Schreck müssen wir jetzt erstmal was trinken. Wir sind jetzt hier gerade im Casino, das ist auch unser letzter Stopp hier auf unserer Campus-Tour. Und dieser Ort ist echt schön, weil man zwischendurch, also zwischen seinen Veranstaltungen einfach ein bisschen entspannen kann. Und das Coole ist, hier sind abends sogar ab und zu mal Partys oder Konzerte oder auch Kinovorführungen. Wir beide gehen jetzt aber erstmal raus. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Campus-Tour angekommen. Wir hoffen, du hattest heute Spaß. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier warst. Und wir hoffen auch, wir konnten dir ein bisschen was vom Campus hier in Potsdam zeigen. Wir legen es dir auf jeden Fall ans Herz. Hier ist es wirklich schön zum Studieren und freuen uns, dich vielleicht mal hier zu sehen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.